Weiß ich doch nicht, ich hab das nie geguckt. Kyobaka. Hä? I'm out of it. Kyobaka. So ein Schlagstock. So ein BASE in der Hand. Das wäre Justins Mutter. Kyobaka. Wenn du es rauskriegst, oh mein Gott. Er pisst dich, ich schreibe da drei Minuten Spitze rein. Ich weiß es nicht. Ey, das ist einfach. Das ist falsch gezeichnet, das ist falsch gezeichnet. Was ist das, Justin? Falsch gezeichnet. Und das ist eine Spritze. Das ist eine Spritze. Ja, du siehst dir vielleicht in den Arm ramsen. Jetzt müsst ihr es euch vorstellen, okay, warte. Oder hast du noch nicht eine Spritze gesehen? Meinst du jetzt ein Schwert? Wir haben so ein Dörter gegessen, die Chebacca. Was ist mit Chebacca? Das war nicht schon vorher, Digga. Das war die Zahnfee. Ich glaube, das sieht auch kein Eichwärtsch. Oh, easy. Nicht dein Ernst. Was warst du rock bottom oder was? Oh. Was ist das? Lass du, Michael. Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie man das schreibt. Türgelenk. Hä? Junge, ich habe das gerade in der Schule. Was? Jungs? Das ist eine Türklinke, Justin. Die Tür. Ich habe, nein, ich habe zusammen in der Schule Türen, Fenster und Wasser. Er so. Da war eine Türklinke. Ey, das hatte ich in der Schule. Ich habe das im Video gesehen. Ich habe schon den Weg. Nein. Den kann ich hier aufstellen und es lachen. Wie schreckt man das? Nicht wieder dieses Wort. Ich habe gerade ein Wasser getrunken, das wieder ausgesprungen hat. Oh Mann, gehört. Keine Lose. Oh Mann, es ist so geil. Alter, ich habe mich eingepisst. Als ob er irgendwie einen Geist gesehen hätte, das erste Mal. Ach, mein Geist. Warte. Das hat ich in der Schule. Er geht um mich in der Schule. So öffnet man eine Türklinke. Der Lehrer dann so. Zeigst du ein Bild. Wer kann dir erklären, was? Wer kann dir erklären, was das ist? Und Justin so. Ich weiß es, ich weiß es. Eine Handklinke. Passt richtig. Eine Tür an. Eine Zahn hat vier Beschläge. Was ist das denn? Was ist das denn? Der depressive Klau. Oh shit. Es hat nichts mit der Person zu tun, weil es einfach drei Wörter sind. Dein Wörter. Dein Arm. Dein Arm. Der rechte Arm, Alter. Kann ich mehr, Alter. Reingeguckt. Keine Ahnung, wie das aussieht. Hä? Das sieht aus wie das Arms, aber das ist der nicht. Ach, Jürgen. Oh mein. Wow. Nein, Marvin, wirklich nicht. Marvin, wirklich nicht. Wow, Marvin. Ich finde dir eine Fee, Mann. Ich bin abends so eine Fee bei mir reinkommt, ich schlag die kaputt, ich schlag die behindert. So sehe ich die. Das sind die Dinger, die so in der Luft sind. Ja, aber das sind doch die Windmühlen. Nein, das soll doch kein Mühle sein. Wind. Ein Wind. Ein Wind. Ah. Nein. Rad. Rad 3. Scheiße, ich hab mich. Das ist toll. Geist, Alter. Scheiße, du kriegst es nicht hin. Ich werde das schon. Aber das ist nirgendswo. Er guckt nicht hin. Ist das geil. Jürgen, mach deinen Drive bei am Windentau. Ich hab's was gesagt. Wind. Rad 3. Wind. Windreifen. Ich hab's gerade gesagt, er kriegst es nicht hin. Windreifen. Muss ich aus wie so ein postapokalyptisches Bild, Alter. Ich hab's noch hingeschrieben, Jürgen. Da ist einfach so ein riesen Fahrrad dran. So stell ich mir den Web-Untergang vor, ohne Scheiß, Jürgen. Wir dreh damit aus. Die übernehmen einfach die Bildherrschaft. Und dann musst du mit dem Fahrrad einen Drive-By bei denen machen. Wir haben keinen Panzer mehr. Alle, alle Mann am Windrad, Alter. Das heißt, die Windmühle. Ist ihr ready? Ich mach Speedrun, okay? Wunder. Ist ihr ready? Speedrun? Ja, ja, ja. Got it. Easy. But it's not simple. Ah, das ist halt echt gut. Ja, das ist halt gut. Das sieht aus wie Jus. Das sieht aus wie Jus. Ey, das sieht voll gut aus. Was? Was? Ratschitz. Wie heißt das? Schrauben oder so? Schrauben. Shit. Ja, deswegen 15 Punkten. Ey. Kamuran, oder wie er heißt. Nein, nein. Nein, ihr ist tot. Kannibal. Kamuran. Das ist die Mutter von dem. Die ist Dede. Bambi. Oh, echt? Nein. Ne, Barbie. Halt sie da oben. Bambi. Bambi. Das ist auch gut. Marr. Oh, shit. Apache. Oh, das wär's gewesen, ey. Lach. Hä? Es ist doch nicht... Es ist so gut, Marvin. Ja. Lass mal auf den Ausmalen. Lass was Thumbnail. Halt's mal. Ja, ich bin fertig. Das sieht der von Sau aus? Ja. Batsche. Chewbacca. Chewbacca. Lama. Ist das ein... Ein Klo? Was ist das? Das ist eigentlich schon richtig, also... Was ist das? Was seht ihr denn da? Nicht dein Ernst. Das ist die Rick and Morty-Folge. Du hast es schon gesagt, Marvin. Dein erstes Wort. Das war dein erstes Wort. Versteh ich nicht. Das sieht aus wie so'n Klo. Janis war da. Das sieht for real aus wie'n Klo. Ich... 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 Ich seh's nicht, Jungs. Ich glaube, ich muss mal auf die Toilette. Ja. Ich auch nach der Runde. Was ist das? Texas hat nicht gedacht. Alles mal! Manu! Was ist das für ne Toilette? Rick and Morty, Mann. Ja, ich hab's erkannt, aber... Ah, Mann. Der Polizist sieht voll gut aus. So ein Koch. Also der ist für der Räuber, Alter. Warte. Ich kenn... Was macht... Hä? Das ist die Folge, wo Patrick im Museum rumläuft. Ich kenn die Folge nicht. Natürlich. Was macht der im Museum? Das Berühren der Berührerin ist... Ach so! Junge. Ich... Nicht berühren! Nicht berühren! Er schieß die Sünde. TASMANISCHER TEUFEL. TASMANISCHER TEUFEL. Ah! Ich weiß es! Ich mein... Drück drauf! Geil, Mann. Ich hab den Chat fünfmal angedrückt und ich war nicht im Chat. Und mein Entertast... Okay, da ist eine tote Person und ein rechter Winkel. Der rechte Winkel beschreibt ein... Ja, du bist so ein Idiot, ne? Du bist so ein Idiot. Okay, da ist eine tote Person und ein rechter Winkel. Also... Also... Seine ist tot, da ist alles ein Winkel. Äh, 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 äh... Jetzt hab ich das erst verstanden. Ich hab den Wort schon gesagt. Ich bin ein Jaa, äh! Ich bin ein Jaa, äh, äh, äh! Bis zum nächsten Mal.